Zu spät. Was macht der denn nach vorne? Seid ihr behindert? Nein, die sind sogar zehhindert. Wie lange warten wir denn noch? Wir sind nicht! Äh, hast du zwischenzeitlich wieder was um den Gegner ganz platt zu machen? Um was? Um den ganz platt zu machen. Den was? Den Gegner platt zu machen. Also ganz platt. Nee. Das dauert nur. Dauert nicht. Ich da nur bisschen geh. Ich mach hier mal ein Team hier. Könntet ihr vielleicht einmal auf den Kampftroll da oben ballern? Nicht auf die scheiß Fußgänger da? Dankeschön. Scheiße. Ich hab ja nicht gesehen, dass du vorläufst. Was? Hm, nix passiert. Was? Du hast fast deine ganzen Bugenschütze voll dran. Oh ja, ich sehs. Das wäre ein Zipflicht. Das wäre ein Zipflicht. Wahnsinn. Warte, ich mach mal die ganzen Gramm hier. Äh, die ganzen... Die waren kaputt. So. Tag. Ich find das Untergraben cool gegen Gebäude. Äh, gegen äh... Unsere Gebäude! Schnell! Schnell! Schee! Schön für dich! Ach, geh, du mit deinem Zipflicht! Oh! Oh! Ist der denn da hingekommen? Ich hab keine Reparatur, gell? Für was? Für den Kampftroll. Ah, mein Gott. Das ist mein Arschloch. Mach den Abpfeilhagel rein, ich glaub ich spinn. Und jetzt kannst du nochmal schlecht verteidigen, oder? Nein, mach den schon weg. Passt schon. Wenn es der Ärger gibt, schiebt einen Zwerg! Sollen sie kommen! Macht euch kampfbereit! Apu! Ich zeige Waffen! Kämpf tapfer! Hört mir zu! Der Flutter ist da! Ich bin hier entlang! Dafür wurde ich geboren! Brauchst du nur irgendwo einen Turm? Ach, jemand da. Ah, der Mongomir da vorne. Mein Held ist gleich wieder tot. Kannst du heilen? Ne. Doch! Das wär gut. Es ist glaub ich zu spät. Jetzt hab ich reprägt. Äh, nein. Tja. Wie gesagt, zu spät. Wieso? Uuuuh. Ja, weil die halt draufkauen haben. Deswegen. Wir machen ja die Selbstwahl auf den T-Drenzer. Was? Ja, die Bombardierung in meinem Feld gestiegert. Wir haben den Mithilfeanzer fertiggestellt. So. Ich kämpfe an vorderster Front. Schnell, an die Zügel! Vorwärts! Los! Hey, ich hab ganz schön viel über Axtwerfen. Vorwärts! Gibt's ja nicht! Doch, keine Rolle. Äh, haha. Entschuldigung. Steht mir bei! Spaut! Pfeile bereit machen! Mach da wieder nicht! Mach halt einfach deinen Pionier jetzt! Natürlich. Mach da nicht! Mach er nicht! Ne! Er hat ihn jetzt einmal angesetzt und doch nicht gemacht. Vielleicht ist er gestorben. Ja, aber das haben wir nicht. Guck mal. Links bei meiner Festung. Da steht der... Der Schoas-Behne und wird abgeballert. Kein guter Name. Ich find den super. Der wird halt voll gefickt, aber... Ich find den super, den Namen. Ich muss ja bloß da vorne aufpassen. Jetzt nimmt er nämlich langsam hier uns ein. Hm? Ja... 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 Ja, weil meine Helden wieder woanders hingeloggt wurden. Scheiß-Mixer. Schick mal deine Lanzenträger zurück. Was? Da hast du da ein Ding hingeschmacht. Die... die... die Festungsding. Hm... Ich hab's zumindest befohlen. Er macht's nur nicht. Ja... Dann kommen wir wieder nicht scheit hin. Dann muss ich's drum machen. Ah, jetzt ballert er hin. Toll. Zu früh. Aber ich glaub, der macht keinen Final Fire, was? Nein. Nur das Feuer halt, wenn's entsteht. Ah ja... Macht doch nix. Sagt er. Ja... Also mir macht's nix. Hm? Ja, jetzt ist das Feuer schon da. Jetzt kannst du ja mal wirklich dem nachkommen, ja. Und's löschen. Was? Aber jetzt hab ich mal null Rohstoffprobleme, hey. Hast du deinen Ballrück wieder? Noch nicht ganz. War fast. Ich hab bald die... ich hab bald den Erdbeam. Jaja, ich hab... alles gleich. Echt? Ich nicht. Warum ist mein Held eigentlich wieder tot? Ja, der ist doch vorher irgendwann gefallen. Hm. Ich wollte nur meine Unzufriedenheit darüber... Also, bekund tun. Mhm. Ich wollte nur meine Unzufriedenheit darüber... Also, bekund tun. So nicht. Erstmal da reinspringen, mein Freund. Im Kupferstecher. Wo läufst du denn wieder hin? Ja, versteh ich auch nicht. Mann, Mann, versteh ich's nicht. Ist schon okay, es liegt an dir. Nein. Also, die Festung nach links ist halt schon ziemlich geil. Ja, die macht viel Wett, oder? Ja, ich hab halt ganz vorne diesen Torwächter. Da kommt er halt einfach mit den Einheiten nicht hin zur Festung. Und die wenden... So, dann hat er immer wieder Angst. Mhm. Würde mir Angst und bangen. So. Ich hab gesagt, du sollst hier den Vernichter machen. Dankeschön. So. Leg mal los, oder? Ja, ich hab's... Jetzt hab ich, äh, den... Ja, hab ich. Auf wen gehen wir denn? Ja, den unten, oder? Noch eine. Mhm. Auf jeden Fall. Der hat wieder aufgebaut. Ja, dann. Ich mach schon mal rein. Ich hab das reingemacht. Die Festung ist fast weg. Noch nicht ganz. Krass. Ja, was die aushält, gell? Lauf jetzt davor. Lauf davor. Einfach. Ein ungleicher Kampf. Sie greifen an. Jetzt ist sie weg. Das ist gut. Soll ich reparieren? Höhöhöhöhöh. Ich bitte da rum. Nein. Einmal noch den Peitschenhieb. Mhm. Und dann ist er weg. Erschießt sie! Erschießt sie! Erschießt sie! Erschießt sie! Pfeile! Noch eine. Schütze dein Ballrock. Passt schon. Bleib sie zurück! Haltet sie zurück! Er geht nur auf deinen Ballrock. Ist geil. Da kann ich viele Menschen aus Tallinn Feuer einheizen. Einheits. Wunderschön. Wie man versteckt sich vor einem Zwerg. Wunderschön. Wir sind hier noch nicht fertig. Rüstet euch! Ne. Wir werden reparieren. Soo. Dann machen wir ein Dartchen. Dann machen wir ein Dartchen noch und ein Dartchen noch. So jetzt in ganzen Scheiß einheiten. Um ihn herum auch tot. Oh ja! Warte mal! Dann mache ich noch den Schindluderwurm rein. Was gut ist. Versuch das mal so lange wie möglich offen zu halten. Also den Kriegsnibel. Ah, jetzt ist der Ballon weg. Aber halt den mal so lange wie möglich offen. Ja, wie denn? Oh, ich könnte doch eigentlich... Ich mach ne Verstärkung rein. Dann sehen wir da was. Die Verstärkung? Die Landverstärkung. Wieso geht ihr vor? Ne, das sehen wir aber nur kurzzeitig was. Ne. Müsst du eigentlich länger gehen? Ne, das ist nur so kurz, wie lang es aufgehalten wird. Ach schon. Das ist das Problem. Sie halten an! Ich hab ich... Ich hab ich... Leider hab ich die falschen Helden mitgenommen. Scheiße. Ne, ne, hab ich nicht. Ja, doch, hab ich schon. Aber... Also nicht ganz. Auf eure Posten! Nach vorne! Ich bin gleich da! Ich werde nicht da! Ich werde nicht da untergehen! Ich bin hier! Wo sind die Kerne? König Stein! Nein! Nicht König Stein! Haltet sie von unseren Gebäuden! Mach's! Ach! Sehr gut! Das Gebäude muss weg! Die Belagerungshemmer sind bereit! Aha! Dieser Zwerg ist bereit! So gefällt mir das! Oh Mann, der hat lauter Helden bei mir immer. Bei meinen Helden. Ich bin hier! Schlecht! Ja, schon. Noch einer! Ah, geh halt weiter! Ihr könnt ihn mal schützen! Los! Ich halte dich mal! Der ist fast hier! Ah, danke schön. Okay, dann kann ich rumdrehen. Wunderschön! Jawohl! Ein Traum! Na, wieder mal reinschnüssen! Oder wie war das? Mein, das ist ja ein Traum! Genau, ja. Oh, äh. Weg! Futsch! Och, nee! Was, sie bombardieren? Ja, so geht's nicht, gell? Nicht in diesem Ton. Nein. Hier läuft er eigentlich immer vor. Die sind so dumm! Meine Bogenschützen laufen die ganze Zeit nach vorn, echt. Ich wusste, dass das passiert. Dieser Zwerg ist frei! Ich wusste, dass das passiert. Jetzt hab ich alle Fähigkeiten. Hurra! Eine fehlt mir noch. Ich dachte, du hast doch alle. Na, die Zehner verkehren fehlt mir noch. Toll bekehren, weißt du schon. Oder also, willst du hier Dingsbums, weißt du schon. Der Torwächter ist einfach so geil. Äh, das ist hier Angstmacher, gell? Komm hoch, bumm! Drehen um. Alter, wieso ist mein Held da vorne? Die scheiß Katapulten, immer locken sie ihn weg. Das geht mir so auf die Nerven. So, jetzt hab ich wieder gescheit Bogenschützen, ey. Der Gimli randeliert da vorne. Ist immer noch nicht tot, der Gimli. Weil er immer noch lebt. Jetzt ist er tot. Der Gimli. Der Gabba Gimli. Der Torwächter ist für die Reihenvölker Mittelerdes. Bleib dicht bei mir. Kämpf tapfer! Ach, du bist nicht vollgegangen, um dann einzuhheizen für Trolle dann, oder wie? Ja, das, äh, die Troll-Ausbildungsstätte wird grad schon gebaut. Aber ich kann halt keine Truppen ausheben. Ja, und drum müssen die jetzt weg. Ja, auch. Aber ich find's auch witzig, ne? Vielleicht reißen sie ja wirklich viel. Ja, ehrlich. Fick dich. Die neue Festung ist fertig. So, jetzt hab ich eine zweite Festung. Ich weiß, was ich tue. Ich bin hier noch nicht fertig. Schick auf, Mann! Sie sind nicht! Oh ja, doch, wobei, den könntest du vielleicht sogar noch, äh, kratzen. Ja, die sind halt schon ganz schön angeschlagen, ey. Ja. Aber den haben wir gar nicht angegriffen. Keine Ahnung. Ach, weiß ich. Kannst du heilen? Ja. Das wird ziemlich nice. Puff! Und der hat repariert, oder? Nee, hat er nicht. Was gut ist. Was gut ist, weil... Weil er hat halt auch viele Bogenschützen drinstehen. Aber die Festung ist wieder weg. Ich hab halt wieder, äh... Ihr könntet mal das machen, was ich euch sage. Könnt mal wieder Sperrfeuer, dann kannst du das Geweide links kaputt machen dabei. Mach das Geweide links kaputt. Alter, das ist meine Nasskuhle, du Sack! Toll gemacht, dankeschön. Keine Übersache. Blöder Wichser, ey. Jetzt mach halt das Geweide nach oben kaputt. Ihr habt ja gesagt, links. Hoppala. Sack, gesichtig. Das war eine Scheiße. Schaffen wir's nicht, oder? Doch. Ja, der schafft das nicht, oder? Jetzt nach links, nach links, komm. Ja, der schafft das nicht. Hallo, das ist ein Troll. Was ist ein Baumeister? Ich hab keine Rohstoffe. Fuck. Wie, du hast keine Rohstoffe mehr, warum hast du denn keine Rohstoffe mehr? Ja, weil ich so viel mehr raushau. Kennst mich doch. Aber ein Held ist gleich weg. Ah. Gebe ich keine Rohstoffe. Ich dachte es mir. Sack. Ja, passiert. Dinge passieren. Du passierst. Chaos, Mensch. Wahnsinn. Schau her jetzt. Jetzt kann ich doch schon... Ranalist. Arzt. So. Dann können wir hier ein bisschen aufräumen. Wieso hat der schon wieder gebeutelt? Der baut die ja. Das ist ja furchtbar. Ja, der hat ja genug Rohstoffe, ne? Ja, aber trotzdem. Wie schnell er die baut. Ja, schnell halt. Weißt. Was für ein hässliches Pack. Mit hoher Geschwindigkeit. Ja, ich weiß. Was für ein hässliches Pack. Gar nicht rassistisch. Pst. Wie du wirst. Ich bin euer Hauptmann. Seid standhaft. Zeigen wir es ihnen. Haha, einer ist tot. Was den Heak macht, ja. Putter macht. Die Schlacht wartet. Sie reichen aus der Ferne an. Ich weiß es. Ich kämpfe an vorderster Front. Niemand versteckt sich vor einem... Ich bin euer König. Die Schlacht wartet. Unsere Gebäude. Helft mir. Ey, helft ihm. Scheiß, tu ich. Verrecken soll er. Wieso? Der hat ja nichts getan. Dann kürzt du dir. Das passt schon. Also. Haben sie nicht. Haben sie? Haben sie nicht. Ich verstehe nicht, wieso das man mir sagt. Ja, keine Ahnung. Wer weiß, wie das getriggert wird. Das ist auch nicht. So. Dann wären wir hier mal. Ein bisschen mal aufräumen. Wir werden warten. Der Feind ist nah. Ihr werdet sehen. Meine Größe spielt keine Rolle. Ach, Leute, uns bilden. Eine kleine schon. Was? Ja, ich hab gesagt, meine Größe spielt keine Rolle. So, ja. Ganz stark. Niemand versteckt sich vor einem Waffen. So, das Gebäude wäre fertig. So. Seid wachsam. Natürlich. Genau in dem Moment muss er seinen Scheiß Wolken... Ja. Jetzt meine Einheiten in dem Gebäude stehen. Blöd, gell? Ja, jetzt geht's doch. Nehmt euren Mut zusammen. Vorwärts. Wir haben noch viel zu tun. Macht euch bereit. Wie erst, wenn du mal da hoch gehst. Wie ich's dir gesagt habe. Mein Freund. So. Schon hab ich einen Haufen Gebäude... Einheiten bringen. Gebäude einheiten bringen. Das ist so ne Mischung. An eure Waffen! Angriff! Moin. Wir werden Waffen! Kinder spielen! Das dauert nicht lange! Ach so. Bist du eine Dreckssache? Warum? Warum machst du so ne Scheiße? Wir haben das Lager des... Hauptsächlich, ich weiß, was ich finde. Ach komm, das ziehst du nur alles unnötig in die Länge, Mann. Länge, Mann. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Das dauert nicht lange. So unnötig. Das Problem ist, ich bin halt nur ein Zwerg. Da kann ich nicht viel machen. Das ist ein Gott, hätte ich dir jetzt wahrscheinlich... Ich hätte es alles vermieden, ja. Da hätte ich jetzt... Ist auf die Kacke gehauern. Ja, aber Vollgas. Ist schon okay, ich mach das doch nicht einfach. Der hätte ich jetzt Minen ohne Enten produziert. Warte mal, gibt es nicht auch? Ich will gleich mal bei Gelegenheit probieren, aber ich glaube schon. Was denn? Will ich es wissen? Ja. Das müsste funktionieren. Ja. So. Was denn? Die halten das so aus. Ja, ja, ist schon klar. Amir, seid nicht mehr an die Bögen. Seid standhaft. Raucht jemand ein paar Hüter? Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Die Talanz ist unsere Stärke. So. Ich bin schwer verheiratet. Ich bin schwer verheiratet. Ich bin schwer verheiratet. Ich bin bereit, Zwerge. Rums. So geht das. Was geht wie? Ja, kaputt machen. So, wo ist es jetzt noch? Links oder rechts? Rechts. Immer rechts. Ja. Du hast keine Kassieren mehr. Ich bin gleich fertig. Was hab ich? Du hast keine Kassieren mehr, sag ich. Seid ihr bereit? Hab ich das? Ja. Du bist ja ein Wichser. Was hast du gemacht? Er hat geschaut, ob Erdbeben auch funktioniert. gegen Kassieren. Also gegen die eigenen Gebäude. Aber ja. Ist mir egal. Hab ich ihn nicht mehr benutzt. Ja, ja. Ich weiß nicht. Bewegung an eure Waffen! Das ist so krass, die Kampftrolle, ey. Oh ja. Da steht nichts mehr danach. Also wenn du mal 10 oder mehr hast auf einem Fleck. Schwer aufzuhalten. 10 gehen noch. Aber mehr. 20? Keine Chance. Nee. Mit nichts. Ja, wobei. Wenn ich gegen drei Gegner spiele, dann komme ich auch mit Kampftrollen allein nicht durch die Front. Da muss ich mich schon hinten rumschleichen. Du musst in dem Zentrum drin sein, sonst nicht. Ja gut, ich meine, wenn du halt gegen einen endlosen Ansturm versuchst voranzukommen, ja, dann werden sie aufgerieben. Aber du musst auch überlegen, wie viel Rohstoff und wie viel Aufwand da einfach drin stecken, 20 Kampftrollen, ja. Das ist halt einfach, das ist Sackviele. Das sind 18, sondern Rohstoff plus die ganzen Gebäude. Und die brauchen ja auch eine Weile, also. Ja. Ey, wir haben fast gleich viele gekillt. Ja, aber gar nicht so viel, gell? Ich hoffe, dass so viel gekommen ist eigentlich. Ja gut, wobei, zum Schluss war ja nicht mehr so viel da. Ja, es waren ja nur 38 Minuten, ne? Schon nicht wenig dafür. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. 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 Tschüss.